Ich freue mich, wenn die Mitarbeiter sich an mich wenden und fragen, Frau Köhler, was muss ich jetzt machen, darf ich das so machen? Einfach, dass ich merke, okay, die Kommunikation läuft. Ziel des Arbeitsschutzes ist es, Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle zu vermeiden und den Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz der Mitarbeiter zu steigern. Bei der Begehung gucken wir uns im Prinzip einmal alles an. Sind die Fluchtwege gekennzeichnet? Sind zum Beispiel die elektrischen Geräte geprüft? Wie sind die Arbeitsumgebungen und die Arbeitsbedingungen? Ist es so, dass das Licht zu hell ist, dass es zu dunkel ist, zieht es, kann gelüftet werden? Dann gucken wir uns an, gibt es irgendwelche Stolpergefahren? Liegen Kabel im Weg? Wir gucken, gibt es irgendeine Gefährdung vor Ort? Wenn es eine Gefährdung vor Ort gibt, dann besprechen wir die mit der Leitung, die dann ja dabei ist und fragen, okay, wie regelt ihr den Prozess? Warum gab es Arbeitsunfälle und was können wir machen, dass diese Unfälle nicht wieder auftreten? Sprich, auch wieder da Schutzmaßnahmen durchführen. Wir machen auch eine Statistik, um zu gucken, okay, wo waren denn überhaupt die Schwerpunkte? Für uns ist das Wichtigste beim Arbeitsschutz, dass wir kontinuierlich die Betreuung vom Kunden sicherstellen. Das heißt, dass wir von Anfang bis zum Ende, das Ende ist sozusagen aber auch nie in Sicht, dass wir wirklich dann da sind und bei allen Fragen Rede und Antwort stehen können. Weil Arbeitsschutz ist halt einfach ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Vielen Dank.